Wie schreibe ich eigentlich einen Unfallbericht und was ist das überhaupt? Das und vieles mehr erfährst du jetzt in diesem Video. Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und wenn du dich nur für einzelne Themen interessierst, siehst du hier, wann wir diese behandeln werden. Doch was ist ein Unfallbericht überhaupt? Ein Unfallbericht ist ein Text, in welchem ein Unfall sachlich und objektiv beschrieben wird. Dabei solltest du Folgendes beachten. Erstens, deine Meinung nicht zu erwähnen und zweitens, auch deine Gefühle nicht mit einspielen zu lassen. Doch wie schreibe ich denn nun so einen Unfallbericht? Hierfür musst du zunächst einmal generell im Präteritum schreiben und zweitens musst du einfach nur die folgenden Fragen nacheinander beantworten. Wann, wer, wo, was, wie, warum und mit welcher Folge? Ein Beispiel dafür ist, am 20. April um 8 Uhr verletzte ein Autofahrer eine Mutter mit einem Kinderwagen. Das Ganze geschah an einem Zebrastreifen auf der Language Knowledge Straße. Dabei übersah der Autofahrer die straßenüberquerende Mutter und konnte deshalb nicht rechtzeitig bremsen. Das Auto nahm die Mutter zusammen mit dem Kinderwagen seitlich mit. Der Autofahrer übersah die Mutter, da ein anderes Auto zu dicht am Zebrastreifen geparkt hat und ihm damit die Sicht weggenommen hatte. Die Mutter verletzte sich nur leicht am Bein und dem kleinen Kind passierte nichts. Das ist alles und wie du siehst, doch gar nicht so schwer. Und wenn du nun Probleme im Präteritum hast, findest du jetzt rechts oben ein Video dazu, welches dir dabei hilft. Viel Spaß und Erfolg beim Schreiben deines perfekten Unfallberichts. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiter zu helfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank.